moin moin und herzlich willkommen zurück zu starfield ja wir haben da hinten noch eine aufgabe für share müssen hier noch und landen kann ich nur auf moment du meinst doch nicht etwa ok wäre das wirklich passiert würdest du nicht hier stehen ehrlich scheiße du kannst gerne die marines in dem außenposten fragen in denen ich gestolpert bin ok ich höre dir mal erst mal nicht weiter zu hier muss ich hin du gehst zu diesem arzt termin doktor auf das diagnose hier muss ich also hin hier mit dem doktor macht dann da doktor alexei libido hier willkommen bei reliant medical wir können bei nahezu allen wunden und krankheiten helfen willkommen bei reliant wenn du medizinische hilfe oder medikamente benötigst können wir dir sicher helfen okay schwester aus shell schickt du hast sicher viele patienten natürlich new atlantis ist groß viele leute also gibt es keinen mangel an verletzungen übertragbaren krankheiten aber wir haben reichlich personal und tun alles um jedem zu helfen okay erzähl mir etwas über reliant medical der größte medizin anbieter in den besiedelten system sie bringen die heilkunde seit jahrzehnten mit ihrer forschungsabteilung voran und haben ein versorgungsnetzwerk für unsere gesundheit aufgebaut ich bin sehr stolz darauf hier zu arbeiten schwester schickt mich sie wirklich bei einem medizinischen problem verzweifelt an einem medizinischen problem gibt es ja gar nicht wie kann ich helfen einige kinder haben einen magen darm infekt schwester braucht hilfe bei der diagnose kranke kinder das geht natürlich nicht ich helfe gerne mal sehen ein magen darm infekt da habe ich viel erfahrung und viele notizen ich habe bestimmt was das hilft da haben wir es das sollte helfen ich habe meine notizen zu häufigen magen darm infekten in der pediatrie auf diese slate geladen bitte gibts italia sie kann sie behalten und sagt ihr schönen groß ja ich hoffe die kinder werden bald gesund das finde ich super an ärzten die helfen sich auch gegenseitig wirklich die sind auch einfach nur da um zu helfen also das mag ich wirklich an ärzten aber für mich so ein job als arzt das wäre nichts wo müssen wir noch mal land da an denen müssen wir wieder vorbei ist schon wieder dunkel da da ist der weg runter so und diesen ganzen einzelnen fraktionen hier werden gehabt und so weiter würde ich wahrscheinlich er später alle machen beitreten wie auch immer für die arbeiten weil ich mir denke nach der hauptquest würde es vielleicht sinn machen denen mal beizutreten zu gucken weil ich habe hier bei befestet mittlerweile immer mehr und mehr so das gefühl so richtig stark war das erst ab oblivion meine ich habe das spiel oblivion dass die hauptquest einfach nur die einleitung ist für alles was man nach der hauptquest machen kann sozusagen die hauptquest ist nur ein großes tutorial und dass das spiel erst wirklich nach der hauptquest richtig los geht das habe ich bei befestet wirklich immer mehr und mehr das gefühl ich habe die medizinischen aufzeichnung von dr lebendorf wirklich zeig her perfekt ich wusste doch der lebendorf hat alles was ich brauche mit diesen notizen als hilfe löse ich das sicher in windes vielen herzlichen dank wirklich ohne dich hätte ich das nicht geschafft kein thema nochmals 2500 geil mein portfolio seien letzten quartal nicht gut aus so und was haben wir noch für quests finde neue stories für sn n platziere perns kennen das haben wir nicht mit jumi können wir noch mal sprechen sie die constellation auftrags wird kommen wir gucken uns das mal an einfach nur angucken müsste ja auch dann erfahrungspunkte geben das angucken vielleicht vielleicht kriegen wir auch dadurch die möglichkeit irgendwie eine quest zu bekommen dass wir außen posten so gut bauen und dann vielleicht sogar auch noch an geld kommen geld wäre nämlich jetzt sehr sehr schön wenn wir das kriegen würden aber ich muss auch irgendwo irgendwie unseren staff verkaufen vielleicht muss ich auch einfach die lebensmittel einfach bei mir im schiff lagern und unser schiff ist momentan wirklich mit personal überfüllt und die haben nicht alle genug platz zum arbeiten und zum schlafen wir werden noch ein richtig riesiges schiff bauen auf jeden fall die frage ist nur wie groß können wir bauen 60 meter war ja glaube ich das maximum um landen zu können ist jetzt die frage können wir überhaupt über 60 meter bauen oder mehr werden wir alles auf jeden fall noch ausprobieren so genau wir müssen jetzt hier runter und uns das ding da mal ansehen so aktivitäten mission status analysiere in dumm 4d im system in dumm orte aufstellen der tektonik im system delta pavone hat gebritifiziert orte ursuppe im system kumase wir suchen erfahrene entdecker zur ortung eines planeten mit ursuppe im kumase system dies erfordert nach umständen die untersuchung mehrerer planeten innerhalb des system würde 11.000 aber ich würde erstmal klein anfangen wie ich das hier machen ja nehmen wir mal an dann deinen aktuellen fortschritt bei der planeten analyse erfährst du in der infokarte des planeten auf der sternkarte sowie über den scanner wenn du auf der planeten überfläche bist bei planeten ohne lebensform reicht es unter umständen aus dem planeten aus dem orbit zu scannen um die analyse abzuschließen auf den meisten planeten musst du jedoch landen um sie gründlicher zu untersuchen okay das haben wir wir haben hier aber auch noch eine andere west schließt ein forschungsprojekt ab können wir auch mal machen wo machen wir die forschungsprojekte hier forschungslabor was er wird aus versehende pflanze mitgenommen so material verfügbar okay das kann ich nicht okay okay das ist abgeschlossen oder wie das ist blockiert okay okay nice so mal gucken da habe ich nichts wie sieht es hier aus cocktail schule okay außen posten entwicklung kann ich hier okay nice der ist beendet ja ah wie nice der ist blockiert okay wie sieht es hier aus so roboter da haben wir was okay nice so einfach geht das hellmodus wolfram den haben wir beendet den haben wir beendet den haben wir beendet den haben wir beendet okay das ist nice so so Griff und Kolbenmods 2 ah okay ah okay ah okay nice ich verstehe das langsam so analysiere Indom 4D im System Indom ist jetzt wieder die aktuelle das haben wir aber jetzt erledigt und wir haben dafür ähm wo sehe ich das jetzt mit dem Skillpunkt ah da Level 8 sind wir immer noch aber haben dafür auch äh ne das wollte ich jetzt nicht ich wollte hier hin so und warte was haben wir jetzt noch äh stelle ein Item her oder modifiziere es da vorne hier ist Anzug Werkbank so Navigator also gesagt Anzug Constellation würde ich mal gucken da habe ich nichts für gerade okay optimiertes Servus kann ich machen kann ich nicht machen äh kann ich hier gehen wird machen okay kann ich auch nichts machen gut dann lassen wir das erstmal sein dann kümmern wir uns jetzt noch einmal kurz um die äh Hauptquests betritt die Bibliothek rückkehr nach Vectera ich stehe zu diesem Captain bin auf Vectera aufgehalten worden ich kann nicht bestimmt hast du während des Wartens auf meine Rückkehr heimlich in deinen Geld tatsächlich hat Walter noch mehr als sonst über dich gemeckert hat sich also wirklich gesorgt lass das ist das etwa wir hatten ewig nur ein einziges Artefakt und jetzt seht euch das an du spürst es oder was ich das zweite gefunden hatte seit den Visionen sie wirken einfach beruhigend hey ich bin auch nicht wieder voll da außerdem habe ich dich in all das reingezogen wie wäre es wenn ich dich mit den seltsamsten Ecken des Universums vertraut mache gemeinsam ran reisen klingt gut aber wer ist dann der Captain der Frontier es ist eigentlich nicht mehr die Frontier man sollte nicht an einem Schiff hängen wenn es zum fünften oder sechsten mal explodiert und man wieder mal verschollen geht geht auch die Liebe außerdem ist die Frontier nun ein Schiff der Constellation du gehörst jetzt dazu also teilen wir sie uns gemeinsam reisen klingt gut für mich fantastisch Baradus als Crewmitglied verfügbar lassen wir doch ein paar Sachen hier und kommen nochmal her so ähm ich hoffe ihr Quartier ist zu ihrer Zufriedenheit ist mir recht 7200 Credits sind zu ok ok nichts neues tschüss Läuft er jetzt mir hinterher oder wie ich glaube es wird Zeit dass wir vielleicht wirklich mal unser Schiff richtig enorm ausbauen so da hinten ist Sarah er läuft mir jetzt hinterher ok unser Schiff so Crew Barad wir haben nicht genug wir haben nur Platz für zwei Personen auf dem Schiff glaube ich ähm Rastraum untersuchen äh System wählen wir müssen das definitiv vergrößern aber es wird Zeit dass ich unsere Wege trenne er soll auf dem Schiff warten ja er ist nicht mehr mein aktiver Begleiter ok so dann würde ich sagen die Stiefel Reise zum Bau äh Alter System ins Unbekannte das leere Nest sofort fällig treibe Schulden ein an die Arbeit Stelle ein Item her sprich mit Sarge Yumi Kommande über die Bank Art Beizudrehen platziere per Handscanner ein Außenpostensignal äh das würde ich machen aber das will ich tatsächlich äh unser erster Außenposten soll dann auf der Erde sein glaube ich denke zumindest ich glaube da wäre es am coolsten wenn wir es wieder mit Menschen besiedeln so und da ist die Bahn so jetzt ein bisschen langsamer ich ist nur die frage wie genau werden wir das dann machen mit dem Siedlungsbau kann man das hier Siedlungsbau nennen oder ja also Basenbau sag ich jetzt mal ok keine ahnung aber ja so ok wir wollen zum Raumhafen wir haben aber eine Schmuggelware bei uns fällt mir gerade noch ein die wir irgendwie los werden müssen ich hoffe es gibt jetzt keine Probleme dass wir jetzt da damit raus fahren und die scannen uns dann wahrscheinlich wieder ja interessant wie wir gerade rennen wo guckt er hin aber ich würde mal schauen dass sie das vielleicht doch noch ein bisschen ausbaue wie viel geld haben wir insgesamt jetzt 62.000 credits oder zeig mir was für Schiffe im Angebot hast na bestimmt so den rambler hat er immer noch die galileo so kann vier crew mitglieder haben das hier nur drei die sparrow das hier nur zwei die kaffir kaffir shipwrecker kann sogar fünf reaktor 27 kostet aber auch wieder 280.000 die sieht cool aus auf jeden fall die würde ich auch noch irgendwie in meiner flotte haben wollen verkaufen die agonimite wollen wir behalten okay kein problem so den schiffsbilder wie kann ich das eigentlich obwohl ich glaube jetzt noch umzubauen so noch zu vergrößern macht noch gar keinen sinn ich glaube es wäre sinnvoller wenn wir erstmal wirklich uns einen Außenposten holen und die meisten unserer crew erstmal daran setzen in den Außenposten dass wir auf der Erde haben wollen den ersten sie hat was für mich okay was hat sie denn für mich äh lass mal hören Sarah äh Sarah äh äh ja äh 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 hast du was Gutes für mich Sarah du kannst wohl Gedanken lesen äh Toxin hinten zugefügt eine Blume Toxin okay sie gibt mir eine Blume du musst los ich glaube die steht auf mich ich glaube die steht auf mich okay wir wollen los äh Pilotensitz komm äh Pilotensitz wir wollen los wir wollen zur Erde und abheben Antrieb gestartet los geht's der eine der eine da steht genau unter den Flammen von hier oben sieht es so friedlich aus so und jetzt direkt auf die Sternkarte wo war Erde hier soll system so erde gucken wir mal wo hier ist Afrika dann müsste Landeplatz hier erkundet da haben wir Italien da ist Großbritannien da ist Großbritannien ja hier da wir tatsächlich hier in Europa landen wollen und da unsere erste Basis bauen wollen unseren ersten Außenposten ähm schnell den hier brauchen wir so Anzug Integrität lädt noch jetzt ist nur die Frage wo wollen wir bauen gehen da ähm da warte mal wenn wir jetzt noch mal kurz auf die Karte gucken ich will auch Ressourcen hier abbauen hier gibt's nicht dann würde ich eher in die Richtung gehen wollen wo es Blei gibt dass wir Blei abbauen können extreme solare Strahlung bedeckter Krater was war das hier neues geophysikalisches Merkmal vielleicht da auch besser aber Hauptsache erst mal die Erde hier wiederbeleben vielleicht ein paar Pflanzen anbauen keine Ahnung keine Ahnung dass es sich hier langsam wieder entwickelt hier können wir Chlor abbauen aber ich will Blei für den Anfang erst mal Blei oder warte mal ich glaube Blei macht doch keinen Sinn für den Anfang wenn wir ehrlich sind wie sieht's hier aus vielleicht doch den Mond irgendwo hier erstmal für ja komm lande zielfest legen du trägst so viel und kannst daher nicht schnell reisen ich muss ich muss auf dem Schiff sein ja dann für die Besiedlung der Erde müssen wir erstmal wieder vielleicht doch aufs Schiff und dann zum Mond Eisen abbauen vom Mond und dann können wir vielleicht nach und nach die Erde wieder besiedeln so die Sonne können wir auf jeden Fall hier gut sehen können wir den Mond von hier aus sehen aber hier in dem Bereich hier Europa werden wir definitiv noch ja die die Erde wieder bevölkern langsam nach und nach muss toll sein dich sehen zu können wann immer du willst ja der größte Fan der geht mir wirklich auf den Sack so nochmal abheben so und auch zum erreicht wie hier aber auch alles rumschwirrt so das ist jetzt die Erde dann schauen wir mal wo ist denn der Mond wenn da die Sonne ist müsste der Mond dann irgendwo da hinten sein wie viel hier rumfliegt im Orbit ist das die ehemalige ISS gewesen sieht das so schlimm eigentlich um die Erde aus in paar hundert Jahren ich mache mir da schon ein bisschen Sorgen warte mal nochmal auf die Karte mich zeigen wo bin ich denn ah ich bin da unten okay ich wollte zum Mond ja genau zum Mond lassen nicht warte mal wo gab es viel Eisen hier will ich landen Landeziel festlegen äh hier und da landen da machen wir unsere erste Basis auf den Mond ich wollte schon immer auf den Mond rumlaufen und jetzt haben wir die Möglichkeit Landestelle fixiert runter mit uns ich sehe da schon auf jeden Fall paar Ressourcen nein 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 nicht abheben jetzt haben wir das Falte Nein nein ah nein ich wollte aufstehen nicht abheben erreichen den Orbit ja schön warum stehe ich jetzt auf hä ja was geht's ah du bist danke so warte mal erstmal vielleicht würde ich hier mal die Lebensmittel vielleicht ablagern die ich habe Sandwiches so dann hat meine Crew auch noch ein bisschen was zu essen und zu trinken so das ist aber auch sehr viel wie viel trage ich jetzt äh Herz wollte ich nicht äh so nein die nicht okay Essen ist das was so viel Gewicht hier verursacht Alter okay das ist wirklich das Essen Alter wir waren ja kein Problem äh jetzt muss ich mich wirklich aber hinsetzen und jetzt auf den Mond die Basis bauen da habe ich jetzt Mist gebaut so nein nicht äh nur über Galactic Stern werft nee äh jetzt muss ich wirklich nochmal landen und aufpassen dass ich jetzt nichts wieder aus Versehen das falsche drücke ich wollte auf den Mond rumlaufen und ich habe es vermasselt äh ja wir sind auf dem Mond und hier gibt es Eisen so Eisen und Helium soll es hier geben so ich mache mal so Eisen nehmen wir auf jeden Fall alles mit so und hier nochmal okay wir müssen aber schauen wo wir vielleicht am besten uns eine Basis hinsetzen ein Außenposten hier auf dem Mond hier ist ja zu viel von anderen in der Nähe finde ich und wir müssen auch gut an Eisen kommen na komm aber irgendwo muss es hier auch Helium geben da sehe ich wieder Eisen ich würde mehr in diese Richtung gehen wollen tatsächlich ein bisschen Abstand von den anderen aber bisher habe ich so das Gefühl man kann hier wirklich überall landen und es wird da einfach irgendwas generiert das zu diesem Ort hier passen soll so boah ich feiere das gerade wirklich dass wir auf dem Mond sind und hier nochmal Eisen und da springen hier auf dem Mond ich glaube hier wäre schon langsam gut ne ist immer noch zu nah an den anderen wir müssen weiter ich will ein bisschen abgesiedelt von den anderen sein wir sammeln aber auch jetzt echt viel Eisen gerade aber dann können wir auch Lin und so hier einsetzen so und hier ich frage mich jetzt wie viel Eisen wir jetzt schon insgesamt haben langsam sind wir schon weit genug von denen ich habe keine ahnung da ist mein Raumschiff abonimate da hinten da sieht schon gut aus hoffen wir dass da auf Eisen im Boden ist zum abbauen ja sieht schon aus wird noch ein paar Meter gehen bis wir dort sind ich hoffe da ist Eisen in dem Platz hier wo ich jetzt gerade geguckt habe aber man kann hier schon ordentlich fliegen ja hier haben wir Eisen dann würde ich hier tatsächlich unseren Außenposten bauen wollen so verfügbare Ressourcen Eisen ich setze den mal hier hin platzierst du ein Außenpostensignal kannst du Objekte und Gebäude bauen mit LB und RB kannst du durch die Baumenü Kategorien schalten mit B wechselst du in den Modifizieren Modus um Außenposten Objekte zu bauen brauchst du Items und Ressourcen beim Bau eines Objekts werden die Materialkosten automatisch zu deinem Schiffsfrachtraum oder Inventar abgezogen Modifizieren Modus Bau Modus Ansicht umschalten oh nice so ist besser mit der Flycam Ansicht fällt es leichter große Objekte zu bauen du kannst frei zwischen der Ego und der Flycam Perspektive wechseln Extractor Eisen wir tatsächlich hier den hinsetzen den Extractor Extractor Eisen benötigen Energie um zu funktionieren errichte über die Kategorie Energie eine Energiequelle um das Objekt zu versorgen Energie Solar Ray Kraftstoff Generator ich würde hoppala ich würde den Kraftstoff Generator erstmal machen wollen wie viel macht er wie viel produziert er der braucht Helium das heißt wir müssen kann nicht gebaut werden nicht ausreichend Ressourcen weil uns Beryllium jetzt fehlt produziert 6 der produziert 20 aber Betriebsschalter der produziert nichts ok der braucht aber Helium den wir jetzt hier nicht haben Luna Außenposten 1 kann ich den auch umbinden ne das wollte ich jetzt nicht äh Lager Gebäude Außenposten Luftschleuse Wohnmodul mit 4 Wänden ein Wachturm ok hier haben wir noch Labore Verteidigung wir müssen auch verteidigen wie ich sehe Dekoration Anzeigen eine Cruise Station Landeplatz ich würde hier erstmal einen Landeplatz hinsetzen wollen irgendwo so ein bisschen bisschen hier okay wir müssen hier noch ein bisschen was machen organisieren äh organisieren so da ist unsere Landestation hier haben wir aber noch ein bisschen Eisen das heißt wir müssen jetzt auch an Helium kommen so wieso kann ich die jetzt nicht weil das hier das abbauen solle also müssen wir noch ein bisschen an Ressourcen kommen da ist ja was können wir eigentlich so Raumschiffe plündern wenn der schon da ankommt der scheint ja in Nähe zu sein ich hoffe der hebt nicht gleich ab wenn wir da sind und ich habe auch keine Ahnung was der da vor hat aber wir bauen uns jetzt erstmal einen Außenposten hier auf dem auf dem Mond da kommt noch einer aber da ist auch noch einer gerade gewesen was nicht hier ist gerade so viel los den kann ich sogar tatsächlich sehen den da nicht da ist er dann gehen wir mal zu dem wenn wir den sehen können ich würde gerne wissen was da ist was da passiert ich wechsle vielleicht mal zu der Waffe ich finde es jetzt aber schade dass unser erster Außenposten nicht so wirklich hier ausgebaut werden kann noch aber okay der Mond hat hier irgendwo hier Helium wir müssen nur schauen wie wir das abbauen und wo wir das finden mal gucken was das jetzt aber für ein Schiff ist vielleicht können wir auch die Teile von dem für unser Schiff verwenden oder es verkaufen aber das wollte ich schon lange mal gemacht haben ich überziehe jetzt auch ein bisschen dann gerne die Folge wenn wir dafür dieses Schiff hier bekommen aber das ist mir ja schon bei mehreren Planeten hier aufgefallen dass hier hin und wieder mal so Schiffe landen aber ich habe mir die nie angesehen gehabt und wir sind schon fast da aber ich sehe noch nichts hier ist auch ein cooles Schiff muss ich jetzt schon sagen Freunde oder Feinde Schiffslandepunkt wer ist das wir sind das Captain Kolonist Was haben die denn hier vor Oh wow Ein Glück hier jemanden zu treffen Wir haben kein Wasser mehr und könnten ein Trinkpack gebrauchen Hier ist vielleicht noch irgendwo etwas Trinkwasser Was mit deinen Vorräten passiert Wir sind falsch gesprungen und die Crimson Fleet griff an Wir sind nur knapp entkommen Mussten Vorräte für Reparaturen eintauschen Es ist ein Wunder dass wir überlebt haben aber jetzt haben wir nicht genug für den Heimweg Hier ist vielleicht irgendwo etwas Trinkwasser Wenn du was findest könnten wir es gebrauchen Kann ich das ein Schiff hier klauen? Kapern? Ich will mal so ein Arsch sein Einmal Nee ich bin nicht so Komm Die lass ich mal Wir machen uns auf den Weg wieder zurück zu unser Schiff Wenn das jetzt irgendwie Piraten oder Spacer Ecliptics oder sowas gewesen wären Also die Bösen Hätte ich die gerne überfallen Aber jetzt glaube ich Näh Die scheinen nett zu sein Die haben nur Probleme Schwierigkeiten und suchen Wasser Warte mal Ich will auch einmal kurz die Fläche hier über Überschauen Mal drüber schauen Das ist alles rein Eisen hier So Luna Außenposten Verlassenes Robotiklager Wo bin ich jetzt? Mich zeigen Landeplatz erkundet Ne jetzt ehrlich Wo bin ich? Und ich habe keine Ahnung Wo bisher jetzt Helium ist Hä? Falscher Planet Egal So Irgendwann haben wir auch Äh Für unseren Mh Naja Vorerst Äh In Entwicklung Befindeten Äh Außenposten Man Ein Landeplatz Ich hoffe ich finde den auch wieder Wo ich den gebaut habe Ich sehe den jetzt so nicht Aber wir müssen an Ressourcen kommen Wir müssen noch Ressourcen Organisieren Da können wir vielleicht auch Handelsruppen und so weiter machen Zu meinen ganzen Außenposten Das wird ein weiter Weg Bis zur Argonischen Man Da wartet Wir können doch Äh Schnellreise Ja So Argonischen Man Schnellreisen Geht ja auch Brauchen wir ja nicht so viel zu lau So Und wir heben ab Fluglaufbahn berechnet Ist aber auch schon Jetzt ein dickes Chip Was wir eigentlich haben Bleiben oder springen Was sagst du? Ähm Ich mache ein bisschen was Ein Grab Sprung rein Wo wollen Wo müssen wir hin? Ne Nicht zurück nach Alpha Zu Tauri Äh Ich will mal gucken Wo kriegen wir hier Helium her Merkur zum Beispiel Vielleicht Scan nicht möglich Hier gibt es aber Helium Das ist eine Ecliptic Garnision Oh Okay Oder Mars Hier hat er Blei Wasser Chlor Ne Der hat das nicht Ähm Venus Scan nicht möglich Weil wir da noch nicht waren Ja Neptun Äh Nein Nach Neptun wollen wir nicht Ich glaube Neptun kann man auch nicht landen Aber hier Äh Triton Oder Warte mal Äh Uranus Jupiter Io Callisto Europa Wo ist ein Titan? Hatte der hier nicht getan gehabt? Eine nicht bei Jupiter Bei Saturn war Titane So genau hier Titan Ah Neue SpaceX holmstead homestead Ooh honey autoo ек m Ehm d jak j Gel neues j h mars und direkt nach mars war ja jupiter dass man auch so hier die ganzen eigenen kreise von denen sehen kann die die haben zusammen sonne selber können wir nicht reisen kommen wir bleiben aber trotzdem mal hier und fliegen mal zum mars wo sind der mars jetzt genau nach sinodia das hier den sensor kommt kurs festlegen mars genau dann reisen wir mal dahin wir haben ja jetzt das ding hier dieses da will ich landen ein bisschen außerhalb nicht dass ich hier dann jetzt schmuggelware hier verhaftet werde ich habe ja eine schmuggelware bei mir nicht so spüren ach da ist mein schiff ich habe jetzt aber die einen request hier aktiv hier wo ist denn das das hier obwohl das können wir auch in der nächsten folge machen da noch einmal hoch wir können ja jetzt ein bisschen höher und vielen dank dass ihr wieder mit dabei wart ich bin's euer max deus und tschau Bis zum nächsten Mal.